Ich bin Gott so dankbar, dass ich so viele Videos noch raushauen durfte, um sehr vielen Menschen die Augen zu öffnen. Sehr viele Menschen sind aus dem Islam wieder ausgetreten, die sich damals für den Islam entschieden haben, haben auch wieder eine Entscheidung aus dem Islam wieder rausgetroffen und sind zum Herrn Jesus Christus umgekehrt. Das mich natürlich sehr, sehr freut, dass diese ganzen Nachrichten, die ich bekomme, das ist einem ein Wunder, ehrlich. Das ist so schön, ich wünsche, ich könnte euch einmal ein ganzes Video nur die Nachrichten zeigen, wie viele Menschen so den Islam verlassen haben durch diese Arbeit, der Wahnsinn. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.